Aber irgendwie zieht halt nicht so mit dem Hammer, ey. Nee, ist nicht so gut. Hab schon mal besser abgeräumt, ja? Ja. Ihhh. Boah, ich hab nur drei Hitpoints, geh mal vor. Ja, ja. Falls ihr so heftig laggt. Hier gibt's jetzt. Hit... Hitpoints. Also da drüben. Da bin ich mal schwer hoffen, dass die gibt. Ich sammle die jetzt erstmal schön ein, Junge. Toll, jetzt hab ich 13. Boah. Boah, auf normal haben die ganz schön viele Hitpoints hier, die Gegner. Nein. Doch. Allerweise, wenn die komische Typen alle One-Hits, ja? Ach so. Was ist denn da? Das ist ein bestimmtes Geheimnis hier, so ein Sarg. Das kann doch nur ein Geheimnis sein, ey. Das ist aber nicht so sehr geheimnisvoll, wie das aussieht. Cool, ne Schrottpflänze. Schrottig, ja? Höp! Wer schließt! Boah, 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 boah. Alter! Gab's da noch was irgendwo? Nö, nicht wirklich. Aber hier gibt's was. Warte hin. Rüstung. Worn. Aber das ist gut. Rüstung ist fast so gut wie Hit-Points. Ja. Bum bum, bum bum, bum bum. Ich will wieder die Metal-Mucke haben. Ah, siehs, ey. Boah, 14 Frames, Junge. Boah, sind dort viele. Das merkt man hier. Deswegen Multiplayer sind da auf einmal so viele. Alter, hoffentlich hier die Frames gleich wieder hoch. Ich kriege hier gerade voll die Krise. Hier gibt's Medizin, ja? Ja, ja, hab ich eingesammelt. Hier gibt's noch mehr Medizin. Die Frames, ja. Boah, neke. Boah, 11 Frames, ja. Das ist hart. Es wird immer härter gerade, ja. Boah, ne? Boah, ne? Reload, Baby. Boah. Boah. Boah, also Bum. Boäh, ne? Hoffentlich habe ich jetzt wieder mehr Frames, das ist gerade echt zum Kotzen, hier. Mal den Boss hier niedermachen. Euch vielleicht ja richtig, der kommt ja doch. Genau. Einer lenkt ab, einer Hammer. Ich tank den, ja. Tank mal. Oh, ich tank grad. Ja, ich merk. Der hält mich wieder hart ab, ey. Alter, fuck, ey. Wo? Der sinkt wie nur geil auf dich. Der macht ihn nieder. Ja, ich bin dabei. Hab ich den jetzt wohl hart getankt, ja? Hm. Oh, 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 oh. Oh, that's gotta stay. Ja, ordentlich, ey. Boah. Na, so. Na ja. Na? Hoffentlich gehen die Frames jetzt wieder, krieg ich ja die Krise, ey. Hm. Ja, Spassi bohrt dann hier rum, ey. Schon ganz schön seit Wochen, ja. Ist ja schlimm, ey. Der ist jetzt noch harmlos, ey. Der kann noch lauter. Der kann noch mehr, ey. Kann der noch saftiger, sagst du? Hä? Kann der noch saftiger, sagst du? Ja. Cool. Boah, der lädt schon wieder so hart. Das nächste Level kann eigentlich nur laggen, ey. Meinst du? Ja. Ich glaube, ich muss mal das Blü gucken, ey. Oder ist die CPU-Sache da wieder hochgestellt? Die hätte ich ja nochmal runtergestellt. Boah, das heißt ja am laggen, ja? Ne, nicht Audio. Was soll ich nochmal? Audio, Leistung, Junge. Leistung. Ne, hab ich auch runter auf Mittel. Ja, keine Ahnung, was der Scheiß hier soll, du. Was ist denn hier bei Grafikspeicher, ne? Was kommt denn da rein? Komprimierte Color Maps. Äh, niedrige Qualität für Light Maps. Ja, niedrige Qualität für normale Lampe. Geht das weiter? Ja, sieht so aus. Boah, 20 Frames. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht, nigger. Bisschen wenig, ne? Lass mal ne neue Aufnahme starten. Probier mal was aus. Ja gut. Bis gleich, niggers. Jo. So, niggers, da sind wir wieder. Ähm. Ja, jetzt ist doch schon wesentlich besser. Mit 50 Frames kann ich mich wesentlich besser hier, äh, ne? Echt? Du hast die 50 Frames her? Weiß ich nicht. Was hast du getan? Ich nehm ja jetzt auf interne Festplatte. Scheinbar ist dir das wesentlich lieber, ne? Mit 50 Frames kann ich nämlich verdammt gut arbeiten, möchte ich mal behaupten. Ja, dann lass mal arbeiten. Jepa, Baby. Ich hör da schon was, ich hör da was, Alter. Ja. Ich hör da schon. Wuuuuh. Alter, ich muss den halt ge- Ey. Ich wollte den gerade an den Kniek brechen, ne? Ja, den macht das schon. Auf dem ist einer, ne? Ja, genau. Boah, Alter, was ein Leger, ey. Voll weg zum Matsch, ne? So. Das ist ja ekelhaft. True Metal, wo kommt das? Ja. Also spielt sich das doch schon gleich wesentlich eleganter hier. Ja. Läuft ja was hinterher. Oh. Jetzt nicht mehr. Alter, wo kommen die alle her? Das ist schrecklich, ey. Das muss ich jetzt. Alter. Wuhu, huu. Hui. Irgendwo ist hier noch einer, Junge. Ah, ich bin's oben. ordentlich Munition gefunden, ja? Ich hab ein Geheimnis gefunden. Pah. Ah, schon geil, ne? Fuck. Tja. Ja, fuck you, ey. Boah. Wo bist du eigentlich schon, wie du spaßt? Aus mir, ey. Ja, wo bist du denn? Ich hör die ganze Zeit die Krieg und ich seh nix, ja? Ich muss sagen, da ist ein Pfeil neben meinem Namen, der sagt, wo ich bin. Ja, der sagt aber scheiße, sagt er. Du kommst mir nicht klar, Mann. Ne, du. Ja, deine Mutter. Hast du brav gemacht. Ich hab dein Leben gerettet, ja. Fast. Ich muss mich auch nicht eindecken hier wieder, ja? Alibaba, Alibaba. Die ficken ich aber grad hart hier, die Jungs, wa? Schön. Ja, ich muss mich auch nicht eindecker werden. Ui! Oh, das spielt sich wesentlich besser mit 50 Frames, hab ich gehört, ey. Also um Welten, ja. Alter, wo geht's? Deckung! Wie Deckung? Deine Mutter! Ach, da hinten ist so'n dickes Ding. Also! Die Dinger sind so scheiße, ne? Hm, ja. Ohne Raketenwerfer zumindest. Schön dein Leben bleiben. Ja, Mama! Ich hab'n Geheimnis gefunden. Toll! Ich hab'n mit 50 Strom. Äh, es hat 50 Stromgeheimnis. Klare Sache, Mann. Ja. Bup, 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 bup. So, jetzt aber los hier, ja? Jetzt mal ab hier. Ich hab'n Geheimnisse suchen und so, Junge. Aber Kairo. Ich sag'ne Mutter ist in Kairo. Ah, saftig, Mann. Saftig. Boah. Ich hab' schon wieder Geheimnis gefunden. Sehr gut. Ja. Oh, jetzt wird's saftig, ja? Ich hab'ne Minigun gefunden. Was? Ne, Minigun, bist du? Ne, ne Minigun, aber irgendwie... Echt, aber... Warum... Ich hab'ne Minigun gefunden, aber irgendwie... ... die nicht gelootet. Komm' mal her! Ja, warte doch mal. Ich musste grad bisschen... Krieg. Hast du die looten? Äh... Wo? Hier! Nö. Du hast hier grad ne Handtuchvollidiot, oder? Ne, ich hab' die Pumpgun in der Hand. Ja. Ist mir zu hoch. Oder haben wir jetzt ne Munition dafür gefunden? Dann wär's schon ziemlich hohl, ja? Wenn da halt deutlich aussah wie ne Pumpgun, ja? Oh, voll Alibaba-Remix, wo ich hier grad bin, ja? Ja, wo tanzt du wieder rum, du Affe? Tja, das wüsstest du wohl gerne, ne? Nö. Uh! Ich seh' grad, du bist grad schon weit weg. Da geht's doch. Ja, stimmt. Bist du nur Hardcore am Russian, Baby. Boah, was hast du denn da gemacht? Ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte ich dadurch acht Frames. Ja, ich auch grade. Ja, grundsprechend, ja, hier war so ein Depot mit, mit so Fässern, ja? Ich hab's nur Knallen gehört, ey. Hat doch auch nicht gerumpst, Junge, ja? Ja, ja. Ich hab schon was Geheimnis gefunden. Wo bist du, Mann? Unter die Brücke. Ja, ich auch. Das ist Munition. Cool. Ja, du bist jetzt doch scheiße, voll mich. Hey, ich bin hier auf Trecker, ja? Scheiße, so geht das nicht. Oh! 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 ��